Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum heutigen Video. Da du das Video angeklickt hast, gehe ich mal schwer davon aus, dass du im Bereich erneuerbaren Energien, also im Bereich Wind, Photovoltaik, Biogas, Speicher, Power2X aktuell spannende Projekte am Umsetzen bist und du dich momentan mit dem Thema Netzanschluss, Netzanschlusstechnik, Anlagenzertifizierung etc. momentan beschäftigst. Das heutige Video ist wieder in eigener Sache, denn ich stelle fest bei meinen Anfragen, gerade zum Thema Netzanschlussplanung, dass mir viele Kunden sagen, dass die Investition in die Planung in uns zu teuer sei und dann damit das Invest, sage ich mal, für die Anlage selber gesprengt werden würde, vor allen Dingen für kleine Anlagen, also Anlagen im Bereich 135 kW, sage ich mal, bis 1 Megawatt ungefähr. Alles über 1 Megawatt, da ist die Investitionssumme in die Anlage selber relativ hoch, sodass der Anteil der Planung relativ gering ist. Auch habe ich festgestellt, dass die meisten Solateure die Arbeiten, die wir machen, gut selbst machen könnten, wenn sie etwas Prozesswissen hätten. Da fehlt es aber ganz häufig, weil ich habe es mittlerweile auch festgestellt, dass viele Quereinsteiger am Markt unterwegs sind, was gut ist, was auch wichtig ist, weil es fehlen, glaube ich, immer noch über 300.000 Fachkräfte im Bereich erneuerbaren Energien, um die gesteckten Ziele auch wirklich erreichen zu können und die Transformation hin zu erneuerbaren Energien wirklich vollziehen zu können. Aber es fehlt halt an Fachexpertise, gerade im Bereich Netzanschluss. Und für den Bereich habe ich mir etwas ganz Spezielles ausgedacht, sodass ich eben auch denen helfen kann, die die Investitionssumme für das Projekt selbst nicht stemmen können. Und da geht es dann um das Thema Beratung. Das bedeutet, wir haben, also die Zusammenarbeit, die läuft dann so ab in der Beratung, dass wir einmal die Woche miteinander telefonieren, beziehungsweise über Zoom uns austauschen oder über eine andere Online-Plattform wie Teams beispielsweise. Wir haben einen gemeinsamen SharePoint, da lädst du deine Projekte hoch. Ich kann mir die Projekte vorher anschauen und dann nehmen wir uns jede Woche eine Stunde Zeit und dann schauen wir, wo du in dem Projekt stehst und welche Hilfe du benötigst. Das geht los von gemeinsames Ausfüllen der Netzanschlussanträge, dass ich dir zeige, wo du welche Daten herbekommst in den Datenblättern und wir füllen dann gemeinsam eben die Anträge aus. Das geht über die Erstellung der Planungsunterlagen, dass ich dir zeige, wie man so ein Single-Line-Diagramm zeichnet, dass der Zertifizierer nachher für die Zertifizierung keine Fragen mehr hat. Es geht darum, dann Kommunikationspläne, Schutzpläne und Messpläne, also dass man das Zählkonzept quasi aufzeichnet. Da nehme ich dich an die Hand und ich gebe dir auch Vorlagen, sodass du selber in der Lage bist, dann diese Dinge zu zeichnen. Ich zeige dir, welche Daten wirklich in die Dokumente rein müssen. Dann helfe ich dir natürlich im Prozess mit dem Anlagenzertifizierer. Das bedeutet, ich helfe dir, einen Anlagenzertifizierer an sich zu besorgen. Das ist ja auch schon schwer genug, in der heutigen Zeit einen Anlagenzertifizierer zu finden, weil die Kapazitäten dort extrem beschränkt sind. Wir haben Rahmenverträge geschlossen mit zwei, drei namhaften Anlagenzertifizierern und dort haben wir bisher die meisten unserer Projekte auch unterbringen können und auch kurzfristig, sage ich mal, das Anlagenzertifikat dann erhalten können, wenn dann die Unterlagen dann alle vollständig sind. Und dann gehen wir die Checkliste der Zertifizierer gemeinsam durch und schauen, welche Unterlagen du von wem bekommst. Das ist nämlich ganz häufig dann die Frage, woher bekomme ich die Unterlagen, die dort gefordert werden vom Anlagenzertifizierer. Und das sind oftmals, also für mich, banale Fragen. Aber wenn man nicht vom Fach ist und sich nicht auskennt, dann wird es halt schwierig, weil ich eben nicht weiß, wo ich die Frage platzieren soll. Und ich drehe mich dann ganz häufig irgendwie im Kreis, weil ich dann mal beim, oftmals an der falschen Stelle einfach frage nach den richtigen Unterlagen. Das heißt, ich begleite dann euch wirklich beratend, sage euch genau, was die nächsten Schritte sind, was ihr tun müsst, wo ihr an welche Stelle ihr gehen müsst. Und wenn es sein muss, dass ihr nicht in der Lage seid, sage ich mal zum Beispiel so ein Single-Line-Diagramm selber zu zeichnen, dann können wir das auch für euch tun. Und da gibt es dann, ja, schmales Angebot, sage ich mal, um dann so eine Zeichnung zu erstellen. Und dann können wir das auch für euch erlegen. Aber grundsätzlich geht es um die Beratung und um den Prozess. Also wie müssen die Unterlagen aussehen für den Zertifizierer, dass ihr nachher schnell und einfach das Anlagenzertifikat bekommt. Und dann später auch, wenn die Anlage im Betrieb ist, um die Konformitätserklärung. Also dass die Unterlagen dann zusammengestellt werden für die Konformitätserklärung. Ich nehme euch auch mit, beziehungsweise ihr könnt mich mitnehmen in die Gespräche, beispielsweise mit Netzbetreibern, dass wir dann gemeinsame Termine mit Netzbetreibern online mit Netzbetreibern, Termine mit der Online-Schalte, dann entsprechend Termine wahrnehmen, gemeinsam mit den Netzbetreibern und wir dort technisch in die Diskussion gehen mit den Netzbetreibern. Weil das ist auch, was viele nicht wissen, wenn der Netzbetreiber, dann lasst euch nichts von euren Zertifizierern, dann lasst euch dann nichts anderes sagen, weil der Netzbetreiber hat das letzte Wort. Das bedeutet, wenn du abweichst mit deiner Anlage von der Norm und der Netzbetreiber dieser Abweichung zustimmt, dann kann der Zertifizierer das Anlagenzertifikat eigentlich nicht zurückhalten. Er kann lediglich Kommentare in das Zertifikat einfügen, aber es darf nicht vorkommen, dass der Zertifizierer sagt, das darf so nicht gebaut werden, weil das ist, also die Verantwortung liegt beim Netzbetreiber. Und wenn er abweichend von der Norm einer Lösung zustimmt, dann ist das quasi gesetzt, als würde es in der Norm drinstehen. Und da haben eben auch häufig die Plane dann Schwierigkeiten, sich mit einem Netzbetreiber abzustimmen, einfach weil die Fachexpertise fehlt. Und wenn der Netzbetreiber, das ist dann eine Gefühlssache, wenn die Netzbetreiber merken eben, dass da die Expertise fehlt, dann tun die sich halt einfach schwer, da in die Diskussion zu gehen oder sich auf eine Diskussion einzulassen. Genau, und diese Begleitung, die geht insgesamt mindestens vier Wochen. Das ist quasi eine monatliche Gebühr, die dafür fällig ist. Und dann, wie gesagt, berate ich dich vollumfänglich mit all deinen Projekten. Also die, ich sage mal, die Beratungsgebühr, die kann auf all deine Projekte umgelegt werden und nicht nur auf ein Projekt. Und dann sind wir, also dann bin ich in der Lage eben, dir entsprechendes Prozess und Fachwissen zu vermitteln, sodass du in der Lage bist, eben selber deine Projekte schnell und sauber umzusetzen. Und ich, wie gesagt, ich helfe dir dann auch Anlagen, Zertifikate und Konformitätserklärungen entsprechend zu organisieren, sodass du eben, wie gesagt, schnell an dein Ziel kommst und die Anlage für deine Kunden in Betrieb bekommst. Warum mache ich das? Das ist ganz einfach. Ich habe so das Gefühl einfach, dass wir die Energiewende nicht schaffen, wenn wir die Solaranlagen nicht ans Netz und auf die Dächer bekommen oder auch in die Fläche nicht bekommen oder die Anlagen dann nachher nicht in Betrieb gehen können, weil es nachher an der Bürokratie scheitert. Und da möchte ich einfach ein bisschen Hilfestellung geben, dass wir diese Hürde schnell und einfach nehmen können, um dann eben die Dokumente so zu erstellen, dass nachher der Anlagenzertifizierer da schnell erkennt, was da gebaut bzw. geplant ist und in der Konformitätserklärung nachher auch was gebaut ist, sodass wir einfach die Energiewende wirklich hinbekommen und schaffen und es nachher nicht an der Bürokratie scheitert. Ich habe insgesamt 10 Plätze zu vergeben in diesem Format. Also wenn du Interesse hast und das für dich interessant klingt, da in die Zusammenarbeit zu gehen, dann melde dich gerne per WhatsApp. Meine Kontaktdaten findest du unten in der Videobeschreibung. Schick mir einfach eine kurze WhatsApp-Nachricht, einfach mit dem Stichwort Beratung. Dann weiß ich sofort, um was es geht und beziehe dich dann, dass es sich hier auf das Video hier bezieht. Dann kontaktiere ich dich. Wir machen gemeinsam einen Termin aus und dann schaue ich, ob und wie ich dir konkret helfen kann. Und dann können wir im Termin, sage ich mal, Zusammenarbeit beschließen. Wir können auch erst mal ganz unverbindlich, sage ich mal, im ersten Termin miteinander sprechen. Kein Zwang, da irgendwas verkaufen zu müssen. Wie gesagt, ich mache das momentan einfach aus dem Bedarf heraus, weil ich da ganz viel Potenzial sehe, sage ich mal, was wir heben können, um die Anlagen schneller ans Netz zu kriegen. Darum geht es, Anlagen schnellstmöglich ans Netz zu kriegen, um wirklich eine stabile Energieversorgung hinzubekommen. Und genau, da sind wir im Prinzip alle gefragt. Und wenn ich da meinen Beitrag zu leisten kann, dass ich euch da eben berate, dass wir da schneller ans Ziel kommen, dann umso besser. Wie gesagt, melde dich gerne per WhatsApp-Kontaktdaten in der Videobeschreibung, Stichpunkt Beratung. Und dann weiß ich, um was es geht und melde mich direkt bei dir, um einen Termin zu vereinbaren, um konkret über die Zusammenarbeit dann sprechen zu können. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da. Das hilft mir auf jeden Fall, dass mein Kanal weiter von YouTube verbreitet wird, dass andere auch den Kanal finden können. Wenn du keine Videos mehr verpassen möchtest, dann lass mir gerne ein Follow da. Also dann abonniere den Kanal. Auch das hilft mir dann, dass der Kanal besser gefunden wird, eine höhere Reichweite bekommt und eben ich mehr Menschen erreiche, denen ich dann mit meinen Inhalten auch wirklich helfen kann. Ja, freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Schreib mir per WhatsApp, wenn du Beratung haben möchtest. und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wenn du Kommentare oder irgendwie Fragen hast, aus denen ich ein Video drehen könnte, dann schreib mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Dankeschön, dein Daniel. .